Hallo Freunde von Dr. Bot. Ja, was soll ich euch erzählen? Es ist nach wie vor wunderschön hier. Wir versuchen uns nochmal am Bors-Mose-Strand, wo wir den ersten Tag unsere anderen Kollegen getroffen hatten, wo es recht stürmisch war, recht regnisch. Das ist heute anders. Heute weht hier ein laues Lüftchen. Leichte Brandung, ich zeige euch das mal. Hoffentlich können wir das auch so sehen. Ja, ein paar andere Angler sind auch schon da und versuchen nach wie vor dem Steinbutt auf die Schliche zu kommen. Der Inspektor probiert das auch gerade mit Botlöffel. Ich bin fauler Brandungsangler und sitze hier in meinem Stuhl und beobachte meinen Brandungsstock, wie sich das gehört. Ansonsten lassen wir uns das weiterhin gut gehen. Und ich würde mal sagen, das war es dann erstmal. Und alles Gute und bis bald, euer Dr. Bot. Below. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.